Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo über der Long Dark und meinen Livestream am Sonntag, den 18.10. Ja, ich werde am Sonntag wieder um 20 Uhr, also am 18.10, auf meinem Kanal auf Twitch, also den Merp-Kanal auf Twitch streamen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder zahlreich dabei sein werdet und mit mir der Long Dark, die ewige Kälte, das Überleben, die Wölfe, die Bären, ja, gemeinsam genießen könnt. Ihr wisst natürlich noch nicht, was kommt, ich fordere euch natürlich auch jetzt sofort hier auf, schaut euch natürlich die aktuellen Let's Play Folgen an, da wisst ihr, was auf euch zukommt. Ihr wisst glaube ich schon, dass wir aus Desolation Point abreisen werden, denn wir haben so ziemlich alles hier schon gesehen. Und ja, ihr müsst natürlich entscheiden, wo wir hingehen. Im Livestream werden wir das dann gemeinsam tun. Entweder geht es zum Rätselsee oder es geht am Ende, ja, direkt zur Küstenstraße, die ja gleich nebenan ist. Ihr müsst es entscheiden, liebe Leute, ich hoffe ihr tut es. Schreibt es in die Kommentare oder, ja, seid live dabei und entscheidet dann quasi beim Livestream, wenn wir darüber abstimmen, wo es hingeht. In dem Sinne, liebe Leute, hoffe ich, wir sehen uns dann am Sonntag 18, äh, am 18.10. um 20 Uhr, genau. Sonntag, 20 Uhr, 18.10. Bis dann, tschüss und ade.